Von außen wirkt das alte Reaktorgebäude immer noch unverändert. Und 29 Jahre nach dessen Stilllegung sind die Altlasten des über 50 Jahre alten AKW-Baus täglich präsent. Strahlende Überreste vom Rückbaulagern hier. Und es wird immer wahrscheinlicher, dass bald einiges an radioaktivem Abfall dazukommt. Durch den Bau eines sog. Bereitstellungslagers. Die Bürger der Region wehren sich seit Jahren. Dieses Kraftwerk ist seit Jahren geschlossen. Und wir haben hier den Wandel zum Tourismus letztendlich vollzogen. Sie sehen dort unten, direkt neben der Weser, Deutschland beliebtesten Radweg. Der geht von Hannen-Münden entlang der Weser bis nach Cuxhaven. Und der führt direkt an diesem geplanten Bereitstellungslager vorbei. Vis-a-vis. Der Bund möchte ein Lager, um schwach- und mittelstrahlenden Atommüll aus ganz Deutschland für eine geplante Entlagerung im Bergbauschacht Konrad bei Salzgitter vorzusortieren. Dessen Fertigstellung verzögert sich seit Jahren. Kritiker sagen, ein extra Lager, wo Atommüll vorsortiert werde, brauche es nicht unbedingt. Doch nach der Entsorgungskommission des Bundes, die das Bundesumweltministerium bei Atommüllfragen berät, spricht derzeit viel für den Standort Würgassen. Aus Sicht der ESK ist ein Logistikzentrum für die optimierte Anlieferung an das Endlager Konrad erforderlich. Aus Sicht der ESK ist die Charakterisierung des Standorts Würgassen plausibel. Damit bleibt Würgassen ein heißer, wenn nicht der Favorit für ein Bereitstellungslager. Aus Sicht der ESK für die